Am 24. April besuchten die Botschafter der lateinamerikanischen und karibischen Staaten mit Sitz in Bern das Fürstentum Liechtenstein. Heute findet der Besuch der lateinamerikanischen Botschafterinnen und Botschafter, die in Liechtenstein akkreditiert sind, hier in Verdut statt. Das sind Botschafter aus allen lateinamerikanischen Ländern hier. Das sind gegen 30 Personen, also das geht hier von Argentinien bis nach Mexiko. Und ich denke, es ist wirklich die ganze Palette hier von allen spannenden Ländern aus Süd- und Mittelamerika. Das Programm der Botschafterinnen und Botschafter war, dass sie Präsentationen hatten zum Thema Finanzplatz, zum Thema Wirtschaftsstandort Liechtenstein. Sie hatten ein Mittagessen, wo ich das Land vorstelle und den Wirtschaftsstandort. Sie konnten das Fürstenhaus besuchen und dort natürlich als Highlight auch immer Staatsoberhaupt getroffen. Das ist für Botschafter, für unsere ausländischen Gäste immer ein besonderes Highlight. Und haben nachher auch noch einen Firmenbesuch gemacht bei der Hilti AG. Und haben dann vor Ort quasi unseren Spitzenbetrieb international, was Hightech und Standort Liechtenstein angeht, persönlich kennenlernen. Und das hat sehr grossen Eindruck gemacht. Was uns besonders wichtig ist, ist natürlich, dass wir zusätzliche Freihandelsabkommen mit diesen Ländern schliessen, damit unseren Unternehmen hier aus Liechtenstein heraus neue Märkte eröffnet würden, wo sie zusätzliche Exportchancen eröffnen können. Das ist die Frage, die Stabilität nicht mehr wie die Stabilität. Das ist die Frage, die Stabilität nicht mehr als die Stabilität.